Willst du einen Drachen dressieren, musst du dich von ihm fressen lassen, zerkauen, verdauen, wieder rauspressen lassen, zur Erde werden und remanifestieren, zurückkommen, seinen Style kopieren, Feuer spucken, stuppen, wachsen lassen, fliegen lernen, ihm einen Heiratsantrag machen und ihn lieben lernen, danach gehört er dir und falls ihr kämpft wirst du gewinnen, denn im Gegensatz zu ihm kennst du ihn von innen. Na 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 nana na 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 Nananananana... Und wenn er nach eurem Krieg kraftlos dann am Boden liegt Ist es deine Hand, die er zu greifen kriegt Ihm aufhilft, auf die Beine stellt Und seine Welt mit einem Style zerhält Frieden leben, Liebe geben, weitergehen lernen Sich selber heiraten und selber lieben lernen Danach ist er erwacht und bei Sinnen Denn nun kennt er sich auch von innen Nananana, 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 nananana